Die Woche geht dem Ende entgegen und der DAX erholt sich ein bisschen von den jüngsten Rücksetzer, den wir jetzt hier gesehen haben, aber das Ganze in einer klassischen korrektiven Manier. Wer sich das nicht ganz sicher ist, wir schauen uns das Ganze mal an. Hier seht ihr den Index im 15-Minuten-Chart. Ich mache den mal ein bisschen größer, damit das vielleicht ein bisschen besser noch sichtbar ist. Ihr seht, wir hatten die letzte starke, heftige Bewegung, das war diese Abwärtsbewegung. Wir sind jetzt aufwärts oder abwärts? Aufwärts unterwegs. Vergleichsweise stark oder eher schwächer, korrektiv. Wenn wir nicht sicher sind, gucken wir, wie sind die Gegenbewegungen. Gegenbewegung ist hier, Gegenbewegung ist hier, Gegenbewegung ist hier. Alles überschneidend, also relativ leicht. Das, was ich hier sehe, das sage ich immer wackelig dazu. Klingt komisch, ist aber relativ leicht nachvollziehbar, weil es halt hin und her eiert. Im Gegensatz zu zum Beispiel so einer Bewegung. Wenn ich also jetzt gefragt werde, welche Richtung bevorzugst du? Na, die Aufwärtsrichtung ziemlich sicher nicht, denn die eiert ja nur so vor sich her. Also entsprechend ist meine Wunschrichtung die Abwärtsseite, die ich hier nochmal sehen will. Keine Sorge, ich wünsche damit niemandem was Böses, der jetzt long positioniert ist, aber charttechnisch gesehen ist das zumindest mal meine eher die Erwartungshaltung, die ich hier habe. Also sprich, starke Richtung war die, schwache Richtung ist die. Ich muss jetzt nur wissen, wann hier zu Ende ist. Typischerweise ruft mich dazu keiner an und sagt so, wir drehen jetzt wieder. Ein Indiz ist allerdings, wenn das Kriterium steigende Tiefs, steigende Hochs vorbei ist. Wann könnte das vorbei sein? Naja, wenn die Tiefs nicht mehr steigend sind, sondern wenn die Bewegung nach unten geht. Und genau das ist das Argument, warum ich sage, letztes Hoch, vorletztes Hoch, das Tief dazwischen ist ein möglicher Trigger für die Short-Seite. Das wäre in dem Fall beim DAX bei ungefähr 14.965, irgendwie sowas in der Richtung. Hier an der Stelle etwa, das wäre ein Indiz, kein Beweis um Himmels Wellen, das wäre zu schön, um wahr zu sein, aber ein Indiz dafür, dass diese Aufwärtsbewegung, sprich steigende Tiefs, dass das vorbei ist und der Markt in die andere Richtung unterwegs ist. Andere Richtung wäre abwärts, andere Richtung wäre die starke und dementsprechend wieder von meiner Seite aus die favorisierte. Das ist der ganze Pokus-Pokus dahinter, das ist also nicht so hochgeistig, das ist auch nicht jetzt irgendwie was Geheimniskrämerisches, sondern das ist irgendwie relativ leicht nachvollziehbar, dass man, naja, soll ich auf die starke Seite oder soll ich mit den Schwachen mitheulen? Naja, man würde wohl eher auf die Idee kommen, dann doch lieber auf der starken Seite und so einfach lässt sich das Ganze grob einschätzen. Somit habt ihr schon mal eine grobe Idee, in welche Richtung meine Erwartungshaltung ist. Das heißt nicht, oder Erwartungshaltung ist eigentlich ein schlechtes Wort, dann es kann durchaus weitergehen, aber das würde ich im Moment nicht traden, denn im Moment ist das die schwache Richtung. Für die starke Seite, die Abwärtsseite braucht es aber für mich den Bruch dieser Zwischentiefs, das ist für mich immer ganz wichtig. So, jetzt haben wir den Einstieg so halbwegs, jetzt ist aber noch die Frage, ja wie weit geht denn das Ganze? Und da bin ich beim DAX nicht ganz so glücklich, denn ihr seht, dieses Hoch ist hoch, das ist niedriger. Ich würde also vermuten, dass wir hier eine 1, 2, 3, 4 und nur eine 5 noch bekommen. Nur noch 5 deshalb, weil die dann eben deutlich kürzer ist, ein bisschen orientiert an der Länge. Darf auch ein bisschen länger sein. Wir können das mal so grob zeichnen, wie man das ganz gerne mal macht. Also man nimmt so die erste Bewegung und legt die hier mal an. Immer unter der Annahme, dass hier das hoch bleibt, das weiß ich natürlich nicht. Aber entscheiden muss ich das ja sowieso erst, wenn er hier durch ist. Und wenn er hier durch ist, ist das ja vorläufig mal ein echtes Hoch. Jetzt im Moment können wir es noch nicht so richtig sehen hier, weil der Kurs ja jeden Moment noch weiterklettern könnte. Aber ihr wisst schon, glaube ich, was ich meine. Also dann seht ihr, die sind die Bedingungen nach unten relativ limitiert, die Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit, das zu messen, ist vom höchsten Punkt hier und dann bis zum tiefsten Punkt, bis zum Ende der dritten Welle sozusagen, um das hier anzulegen. Und häufig liegen diese Linien dann, machen wir es schöner, liegen diese Linien eng beieinander. Das Cluster dann, das haben wir hier nicht. Das ist eine relativ große Zone. Also ich weiß es nicht. Also Mindestziel wäre jetzt mal hier für die Geschichte vielleicht dann noch irgendwie sowas. Man kann da verschiedene Varianten nochmal nehmen, zum Beispiel die Extension nochmal, die blauen Linien. Dann seht ihr, das clustert an einigen Stellen schon so ein bisschen hier, die da und die da. Aber so richtig super toll ist es aktuell nicht. Aber es sind dann halt doch diese Boxen ganz grob als Zielrichtung für diese Bewegung unter der Voraussetzung, dass er das da bricht. Also hierhin oder dahin. Dann hätten wir hier die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Und dann wäre wieder eine typisch etwas größere Korrektur. Die wiederum würde ich dann wahnsinnig gerne handeln, denn die sollte sich größenmäßig an der vorderen, da habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber machen wir es nochmal frisch hier, an dieser vorderen Bewegung orientieren. Also tun wir mal so, als ob die so ist. Also ihr seht ungefähr, wie wir da auf die Herleitung kommen. Und das Ganze passt doch mit unseren klassischen Ideen immer mit Schubkorrektur, Schubkorrektur wunderbar zusammen. Das ist nicht immer so. Ihr seht, hier war es zum Beispiel viel länger, der hintere Teil. Das muss also nicht immer so identisch sein. Aber ihr habt so eine Idee, wie das in etwa aussehen könnte als Orientierungshilfe. Sowohl für die Richtung, als auch was die Ausmaße angeht. So, das war der DAX. Wie sieht es denn bei den Kollegen aus? Amerika ist doch heute noch viel spannender. Tatsächlich, beim Dow Jones gibt es nicht so arg viel zu erzählen. Da sind wir ja so halbwegs unterwegs. Eigentlich würde ich hier, das hatte ich gestern ja schon mal erwähnt, nicht diesen Bruch hier nehmen. Das ist zwar mit dem steigenden, hochsteigenden Tiefs der wunderbare Trigger. Ich habe es aber gestern haarklein auseinanderklamüsert, warum ich den konkret jetzt nicht so toll finde. Chance-Risiko-Verhältnis. Gerade habe ich es hier an der Seite weggemacht. Schaut euch das Video notfalls von gestern nochmal an. Aber wenn der jetzt hier irgendwann mal sowas machen würde, so in den mittleren Bereich wieder reinlaufen, so ähnlich wie das in den mittleren Bereich wieder reingelaufen ist, der hier nur auf einer etwas kleineren Ebene, wäre dann die Unterseite mit dann besseren Chance-Risiko-Verhältnissen wieder wunderbar tradelbar. Müsste also ein bisschen wackelig hochgehen. Für die ganz kurzfristigen unter euch seht ihr, dass wir hier im Moment nach oben gehen. Machen wir das mal ein bisschen größer. Frage an das Rate-Team. Impulsiv oder korrektiv? Gegen Bewegung beobachten. Ah, die überschneiden. Kein gutes Zeichen. Das sieht eher korrektiv aus. Also so richtig reizen tut mich das für die Long-Seite jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja, also ihr seht, das ist nicht notwendigerweise. Ihr seht hier ein anderes Beispiel. Schaut euch das mal an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dreiwellig. Dreiwellig ist immer das andere Zeichen für, dass es nochmal in die Richtung geht. Und die Grundvoraussetzung ist ungefähr das, was ihr vorne habt, da hinten nochmal. Und ihr seht, das ist hier ziemlich pinpointmäßig bis zu der Stelle gegangen und hat dann an der Stelle gedreht. Also ihr seht, das ist jetzt nicht irgendwie was, was ganz selten vorkommt. Es ist allerdings auch nicht etwas, was immer klappt. Es ist nur eine Orientierungshilfe, die recht typisch hinhaut und uns dabei auch noch gute Möglichkeiten gibt, mit Stops zu arbeiten. Aber die habe ich letztens erzählt. Das will ich jetzt nicht wieder. Ihr denkt an diese Pünktchen beispielsweise. Wenn ihr nicht sicher seid, habt ihr da immer eine ganz gute Idee, wie ihr das machen könnt. Erkläre ich euch ein andermal wieder, damit das Video nicht jedes Mal das Gleiche beinhaltet. Also die Erwartungshaltung auch hier nach wie vor weiter nach unten, 32.000 als Grobrichtung, kann auch 200 Punkte höher, vielleicht auch 200 Punkte tiefer, vielleicht sogar 500 Punkte tiefer. So in dieser Richtung aber haben wir hier auf Tagesebene. Allerdings idealerweise hätte ich jetzt gerne eine etwas größere Korrektur. Was heißt größere Korrektur? Na, dann nehmt ihr halt diesen Move, den ihr hier habt. Von da bis vorläufig ist das der tiefste Punkt. 38, 50, 61, 8 bis in diese Kiste. Dann habt ihr 3.600, vielleicht auch noch fast 34.000. Irgendwie sowas in der Richtung. Idealerweise macht er das Ganze möglichst korrektiv. Also wackelig oder dreiwellig. Schöner so ein bisschen geht. Symmetrischer, desto besser, weil dann hat man bessere Einstiegspunkte, wo man sich orientieren kann. Das macht er nicht immer so schön, aber wenn er es schön macht, dann muss man es auch nutzen. Ihr denkt an das Beispiel, was wir hier hatten. Schaut es euch selber mal an. S&P, naja gut, ich könnte es jetzt nochmal einzeichnen. Das machen wir jetzt auch mal tapfer. Höchster Punkt, tiefster Punkt. Kiste. Wenn er da reingeht, das muss er nicht. Also bitte jetzt nicht, er ist nicht reingegangen. Ja, das kann sein. Ja, dann kann ich nicht traden. Ja, ist auch richtig. Also ich zumindest nicht. Zumindest nicht mit diesem Ansatz. Ja, vielleicht habt ihr andere Ansätze hier. Wir haben die Bornbars zum Beispiel als eine Möglichkeit. Es muss aber nicht immer der gleiche Ansatz sein. Aber ich mag diese hier immer ganz gerne. Wenn wir sowas haben, zack, das hier als ein Trigger. Das wäre eigentlich hervorragend, um dann die Fortsetzung dann nochmal mitzunehmen. Aber dafür müsste er eben irgendwo, dieser Punkt, der sollte irgendwo in der blauen Kiste idealerweise sein. Wer es nicht sehen kann, 3.900 von mir aus auch noch 55 bis hoch bis 3.990, vielleicht auch noch ein bisschen höher, 95 irgendwo in der Kiste sollte dann das Ende dieser Wackelkiste sein. Das wäre optimal, um das vorne dahinten nochmal zu haben mit Trigger auf dem Zwischentief, wo auch immer das dann entsprechend liegt. So, und ihr erahnt, wie das beim Nasdaq ist, nämlich fast genauso. Der Nasdaq hat allerdings eine interessante Geschichte. Da das Hoch, 11.761, das ist das hier, 11.761. Und wenn wir jetzt mal hier messen, oder erst mal gucken, Schub, und jetzt die Aufwärtsbewegung. Ich erahne schon, dass vorläufig das hier ein möglicher Short Trigger ist. Jetzt gucken wir nochmal nach den Größenordnungen. Habe ich das doch die ganze Zeit gemessen? Wie hat er das gemacht? Jetzt messen wir das nochmal. Also wir messen vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt. Und wir wissen, diese Kiste ist ungefähr 38, 20, 50, 61, 8. Häufig ist es sogar exakt so eine Linie. Aber das muss nicht sein. Aber irgendwo dort, Mensch, cool, da sind wir. Das heißt, der qualifiziert sich jetzt, bumms, da an der Stelle, das ist das letzte Tief. Hier fällt das nicht so sehr auf. Aber wenn ich das mir hier angucke, das ist ja, also das, was ihr hier seht, von der Spitze da oben, das ist quasi diese Spitze da. Und diese Rumeierei hier nach oben, das ist das hier. Und wenn ich mir diese Rumeierei angucke, dann sieht die wie aus, ungefähr so, 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 kannst du mal mit einem Kuli oder einem Fettfinger auf dem Bildschirm nachmalen. So, das ist korrektiv. Das ist mit vielen Überschneidungen, falsche Richtung. Also im Moment, letzte hoch ist hier, vorletzte hoch ist hier, der ist niedriger. Also das ist das davor. Das Tief dazwischen ist das hier. Also ganz offiziell wäre das mein Einstieg. Da wir aber hier, wenn ich hier das mal so halbwegs mitverfolge, da würde ich sogar sagen, diese Linie hier wäre als ein Einstieg oder vielleicht sogar auch diese Linie für einen Einstieg noch geeignet. Also gar nicht so abwegig, wenn der Kurs dreht, an einer dieser drei Stellen eben ein Short zu eröffnen. Ihr werdet sehen, ich werde dazu einen Trade vielleicht nochmal vorschlagen. Wir sehen das bestimmt nochmal wieder. Also in diesem Sinne, euch jetzt erstmal viel Spaß, falls ihr das auf eigene Faust umsetzen wollt. Ihr wisst jetzt ja ungefähr, wie das aussieht. Ansonsten, wenn es klappt, kriegt ihr von mir auch nochmal diesen Trade vorgeschlagen. Also schauen wir uns das gleich nochmal an. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende, falls wir uns vorher nicht mehr hören.